Herzlich Willkommen, liebe Leute, zurück zu Let's Play Dolby Käsen. Wir machen weiter mit der nächsten Sportart für heute in jeden Fall Skate Tricks. Ich bin aber gespannt, wie das wird, ne? Wir sind immer noch im City Resort und es läuft eigentlich alles ganz gut voran hier. So, mit L&R tut man hier rumskaten. Das ist genau so die ganze Zeit, wie wir rumfahren einfach. Achso. Da muss man halt einfach paar Tricks machen, dann... Naja. Ich bin gespannt, wie das wird. Naja. Ich hab in mein Skates. Ich hab in mein Skates weggetan hab. Jetzt hab ich mal in mein Skates. Übrigens dachte ich diese anfangs, ähm, diese anfangs, ähm, diese anfangs, ähm, diese anfangs Dinger nicht wegdrücken, ne? Die haben's dann. Boah, ich hab null Punkte. Ah. Braucht man insgesamten, ähm... Braucht man insgesamten 300 Punkte oder pro Person? Insgesamt. Auts. Haben mich jetzt aufgelegt. Da haben wir erst 120 Punkte. Boah. He, brah. Ich hab 110. Alter, steh auf. Nein, man braucht... Man braucht alleine... So viel, oder? Ich hab Angst, wenn ich wirklich hier ist. Alter, was zum Fick. Diese links sind dauernd. Ich hab halt einfach nicht mehr 100. Doch. Oh Gott. Wenn ich mich jetzt nicht legen würde, würde ich wenigstens 100 Punkte schaffen. Junge. Ja, 106. 112. Uh, 236. Es muss los. Ich hab... 388. Ich hab's geschafft. Ich hab... aus dem Nix immer voll die Punkte bekommen. Keine Ahnung. Ich hab's geschafft. Äh, ja, ist nicht so was. Egal. Ja, man. Alter, sie haben die Schaut hier. Sehr motiviert. Sehr motiviert. Ja, ja. Machen wir weiter? Ja, machen wir den nächsten Spotlight. Du musst auch drücken. Du musst auch drücken. Ich hab's noch mal drücken. Weil sie... Yay. Ist eigentlich ganz lustig, so allgemein. So die Lachsiebenen-Sportarten, die es gibt. Äh... Ich glaub, jetzt haben wir alle Resorts-Frage-Seiten, ne? Haben wir schon, ja. Letztes Mal schon. Stimmt. Mit Juli glaub ich sogar noch, oder? Das ging eigentlich relativ schnell. Erstmal die falsche Richtung fahren. Standard. Damn son. Ich glaub, ich muss in die Richtung fahren. Na, ich weiß, was weiß, was meiner hochkommt. Ich bin schon oben. Das wird was zum Fick. Steam. Arsch. Wächst. Grind. 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 Grinder. Hört sich... Hört sich... Sehr interessant an. Was heißt da an? Äh, hört sich sehr interessant an. Hört sich sehr interessant an, ja. Hört sich mal machen? Diese Teile dann lange fahren. Oh Gott. Und wenn man runterfällt, muss man irgendwie Neustarter was machen. Dann bin ich einfach null gut. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Ich soll mit den auf den Teilen 52 Meter fahren. Wow, jetzt musst du drücken, ich muss drauf gehen. RT. Oh, danke. Und du musst auch immer wieder springen, also... Oh Gott. Ich schaff's gerade noch. Yo, ich hab die 250 Meter. Es ist einfach so 24 Meter, weil ich einmal die erste Taste getrunken habe. Ja, ich habe nicht gelenkt. Das hätte ich jetzt noch weiterfahren können. Ich habe es trotzdem geschafft. Aber das musst du einfach nochmal ausprobieren. Weil 45 Meter ist das so traurig. Wie viel Meter hattest du? 24. Und das hat es erst am Anfang gelegt. Gut gemacht. Ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Nochmal, gell? Ja, machen wir nochmal. Ja, machen wir nochmal. Dann fahren wir erstmal noch die Zeit. Nach 24 Metern. Dann lasse ich dich vorfahren. Okay. Was haben wir jetzt gesagt? ZR, ne? RT, also ZR. Achtung, du musst springen. Zack. Boah, dann musst du dann lenken. Das wird dann richtig AIDS. No, 102 Meter. No, verfickt. Ich hätte es noch schaffen können. Ich habe eins zu früh gelenkt. Scheiße. Na, okay, egal. Stabbeln wir es einfach so ab. Willst du nochmal probieren? Komm. Okay, einmal nach. Weißt du was? Probieren wir es einmal nach. Ach, ich habe die Enten gedrückt. Egal. Was? Ich habe aus Versehen gelegt. Ja, ist ja auch egal. Furscht. Dann machen wir als Nächste. Richtig. Kann es sein, dass wir jetzt einfach entweder effizienter das machen oder weil nachdem wir jetzt einfach die Sportarten direkt auf der Karte finden und die nicht mal lange suchen, gehen die Pate einfach viel länger, viel schneller vorbei. Ja. Aber das macht es an der Lebs. 3 Sportarten pro Part ist in Ordnung. Die Pate muss dann jetzt immer so krass lang sein. Von mir ist auch 4 mal. 3 Posten, weil da kommen wir davon mehrere, was wir dann in 2 Videos am Tag bringen. 4,5 Uhr. Ich weiß, wir dachten. Nur toll. Naja. Schau, wie schnell ich hinter dir war. Es ist jedenfalls ein Tier. Fangen wir zu den Bauern hin. Schauen wir hier so ein bisschen durch die Gegend. Mal was gerade. Mal was gerade. Mal was ein bisschen durch die Gegend. Ist eigentlich ganz witzig. Ich habe ganz viel vertreiben. Neulichens Freisatpark. Oh. Da wo was hin muss. Hör lo. Warte. Warte auf nicht mal. Will ich aufsehen. Wie soll ich zu warten da? Das ist ein Kinos. Ne, ich meine es. Jo. Ganz nice, ne? Lol. Na da vorn. Drück mal durch. Ja. Zweimal A. Ah ja. Ähm. Zeigten. Na gern. Wo der Hammer hängt. Gereist. Die Zielpunktzeit im Zeitlimit. Ach das ist cool. Weißt du vorher mal in Urlaub gespielt? Bung. Bung. Mauro schlagen. Richtig. Hau die Maul wo. Ja. Ich glaube du bist dran. Ah. Warte mal. Hau die Wichser da. Das ist lustig. Oh fuck. Das hört nicht viel daneben hauen, ne? Ja. Was hast du denn von der Punkte schaffen, gell? Wie viel Zeit habe es? Weiß ich nicht. War es Minuspunkt wenn es der Nebenhorn ist, ne? Hm. Ne. Ist nicht gut. Es gibt einfach gar keine Punkte. Ja ja. Hey. Aus dem großen Hammer der alle Felder abdeckt und dann drauf kommt. Bumm. Ja das macht alles auf einmal kaputt dann. Panik. Jetzt kommen die schnell hoch und ducken sich gleich wieder. Ja die Angst habe ich auch. Du musst 500 schaffen, gell? Ja das habe ich auch. Drück damit den Kopf. Gibt nämlich mehr. Der König. Der König. Ich hab 500. Perfekt. Haben wir schon mal safe geschafft. Von dem her alles gut. Ja. Ja überhaupt dieser Hammer ist interessant. Ja. 770. Das werde ich niemals im Leben schaffen, Mann. Das sah gerade so damn schwer aus. Das geht eigentlich. Und jetzt. Ah. Muss man drücken, gell? Hä? Ah. Was fängt? Ja. Ein Drecksgang. Scheiße. Man muss ja drauf bleiben auf den Scheiß. Warum muss man da drauf bleiben? Was ein Short. Hallo. Ich hab. Du mein Patze. Hallo. Danke. Hallo. Ich krieg mir meine Zustände, Mann. Ich hab das eh lange genug Zeit und das ganze zu machen wollte es mal überhaupt gut. Ja das auf jeden Fall aber. 3,50. Jetzt kommt Panik los. Ja Panik ist eh viel einfacher, die zu bekommen als im normalen. Weil die dann viel schneller gehen, aber auch viel schneller wieder da sind. Und der König gibt, siehst du, viermal Punkte. Und easygoing 510. Siehst du, bekommst ich glaub ich eh mehr als ich vermutlich. Und hab ich schon mehr. Jaja du hast eh 950. Oder auf 1000 kommen. Scheiße. 980. 200. Ne 190 mehr. Aber wir haben es weiter gesafft, das ist doch sehr schön. Jo. Passt. Sind wir zufrieden mit. Richtig. Dann haben wir wieder 3 Sportarten gemacht ne. Wie schnell die Zeit vergeht ne. Das geht irgendwie grad zu schnell alter. Hier ist so. So rup 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 rup. Wir rushen hier grad durch, das ist ja abnormal. Ich meine 12 Minuten geht ein Apartes jetzt hier. Echt? Ja das ist. Du wolltest doppelte reinpacken. Ja ich glaub wir können ein bisschen langsamer zu gehen. Hey Susan macht's fast so den Spaß wir selbst spielen. Das ist ja sehr schön. Aber ja ja wir hatten heute dieses ähm. Ja das mitten klär ist aber das letzte Part. Du musst drücken. Du musst drücken. Ja ich seh's grad. Oh das haben wir das nächste Mal als Baseball siehste. Oh Gott und im übernächsten Part kommt einfach mal Golf. Das wird witzig. Ich darf reißen wir schon. Natürlich Skateball. Oder was sonst. Als Anreise auch langweilig ne. So wir sind wir erst noch kurz ein bisschen an dem Kirmes um hier ne. Ich hab Baseball gefunden. Ich hab Skateball gefunden. Ich hab den Baseball gefunden. Okay aber noch nicht machen. Ich sag mir wer dich anklicken darf. In meinem Part dann gleich gleich gleich. Ich mach mal ganz ganz gesund mal hier. Weil da fahren wir jetzt noch kurz Zeit in dem Part. Weil das ist einfach so kurz. Ähm. Foto machen. Richtig. Wo ist denn mir eigentlich hin? Ähm. Ich glaub da bin ich noch nicht registriert ne. Das machen wir jetzt gleich. Eigentlich sollten wir es vor dem Foto machen. Ne. Kann man auch mit nach dem Foto. Theo. Theo Foto Album. Tipp 3. Lalalalalala. Lalalala. Lala. Lala. Ist doch so ne. So. Zawas macht er sehr leicht geswimmt. Aber jetzt Mira wieder ins Spiel holen. Ingame. 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 Was? Ich sag wohl ich hab nur irgendein game gesagt. Wo werde ich? Hm. Es geht ein Hauptmenü. Oder wo geht das? Ist das ein Tierfoto Album? Was soll man als Frage sein? Aber wie kommen wir jetzt? Ich glaub das geht das ehrlich über das Hauptmenü. Hm. Andererseits ist das halt auch bisschen blöd. Wenn wir dann von den Resort wechseln erstmal ne. Ja. Egal machen wir es später. So aber das war's mit dem Part liebe Leute. Im nächsten Part machen wir weiter mit Baseball. Was sehr interessant wird. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. Zack. Ich bin schon da.